Hier siehst du ein paar sehr unterschiedliche Beispiele von Titeln, wie du sie in DaVinci Resolve selber gestalten kannst. Ich werde in dem Seminar mit dem Text-Plus-Tool in DaVinci Resolve beginnen. Das ist ein Fusion-Werkzeug, mit dem du von der Edit-Page direkt Titel generieren kannst. Es ist leicht damit anzufangen, es hat aber einige sehr fortschrittliche Funktionen. Zum Beispiel werde ich auf Layers eingehen in diesem Werkzeug und ich werde mit Modifiern arbeiten. Ich werde in Fusion dir Tricks zeigen, wie du mit Animationskurven in Fusion arbeiten kannst und damit deinen Titel sehr individuell animieren kannst. Und am Ende gebe ich dir auch einen Ausblick, wie du die 3D-Umgebung in Fusion für Titel gewinnbringend nutzen kannst. Wenn du deinen Titel erzeugt hast, kannst du ihn als Template abspeichern und damit von der Edit-Page jederzeit einfach wieder in andere Projekte ziehen und sofort wiederverwenden. Ich werde das Seminar insgesamt anfängerfreundlich gestalten, aber ich werde mich auch nicht zurückhalten, einige fortgeschrittene Tipps und Kniffe mit einzubauen, damit sich deine Titel von der Masse abheben. Ich werde das Seminar im Rahmen 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 Untertitelung des ZDF, 2020